Hallo Tobi! Hallo Katja! Heute eröffnen wir das Türchen Nummer 19 und heute gibt es hinter dem Türchen unseren Recycle-Bär. Den hast du mir ja mitgebracht, von der Messe aus Leipzig und ich habe mich sofort in den Teddybär verliebt und möchte das natürlich weitergeben. Unser Recycle-Bär besteht zu 100% aus recycelten PET-Flaschen und ist, man kann es kaum glauben, kuschelig weich und den gibt es ab jetzt bei uns online oder bei uns im Shop. Und was Tolles ist dir aufgefallen, liebe Katja? Ja, wie der andere. Jeder guckt anders, jeder schaut anders aus, also habt ihr hier mit definitiv ein Unikat. Die sind richtig süß! Genau! Wir wünschen euch einen schönen Tag mit dem Recycle-Bär. Bis bald! Bis morgen! Ciao, ciao! 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 Ciao!